Hallo und willkommen zum Boss Guide von General Vesax. Der Kampf besteht aus einer Phase und hat einen optionalen Hard Mode. Ihr benötigt im 10er sowie 25er einen Tank für den normalen Modus. Vesax ist ein Bosskampf, bei dem ihr extrem mit eurem Mana aushalten müsst, da seine Aura der Verzweiflung den Großteil der Mana Regeneration komplett verhindert. Einzig klassenspezifische Fähigkeiten wie Aspekt der Viper vom Jäger, Richterteil der Weisen, schamanistische Wut oder auch Einklang des Geistes sind davon teilweise nicht betroffen. Es bietet sich hierbei vor allem als Heiler an, jegliche Gegenstände mit Mana Reg gegen andere Items mit zum Beispiel Crit oder Ähnlichem zu tauschen, da man diese im kompletten Kampf eh nicht benötigt. Außerdem verlangsamt die Aura der Verzweiflung das Nahkampfangriffstempo um 20%. Schauen wir uns mal die Positionierung an. Bei unserer Taktik wird der Boss nicht bewegt und steht an einem Fleck. Der Tank versucht von Anfang an so viel Agro wie möglich aufzubauen, da der Boss nicht spotbar ist. Nahkämpfer und Heiler stehen hinter ihm. Die Fernkämpfer bilden ca. 15 Meter entfernt ein eigenes Camp. Setzt hierfür auf einem Spieler ein Mark, da einer der Fernkämpfer Schattengeschosse abbekommen wird, wobei langsam ein Schattengeschoss Richtung Fernkämpfer Camp fliegt. Dieses landet dort, wo der Spieler zum Zeitpunkt der Aktivierung stand. Das bedeutet, ihr könnt diesem ganz einfach links und rechts ausweichen. Beim Eintreffen macht dieses an euch und an Verbündeten enormen Schaden und stößt euch zurück. Im Anschluss entsteht eine schwarze Pfütze am Boden. Jeder Spieler, der sich nun in dieser befindet, bekommt 100% mehr magischen Schaden, 100% mehr Tempo auf Zauber sowie 75% reduzierte Mana Kost. Zudem wird die Heilung um 75% verringert. Deshalb stehen die Heiler bei den Nahkämpfern. Nur der oder die Disziplinpriester können im Range Camp stehen, da die Schilde nicht als Heilung, sondern als Absorbation gelten. Das benötigt ihr aber eher im Hard Mode, da dort in der zusätzlichen Phase extrem viel Rage Schaden auf euch wartet. Im normalen Modus sollte im Regelfall nur der Tank Schaden bekommen. Das Fernkämpfer Camp splittet sich alle paar Sekunden auf links und rechts und läuft auf den Schattengeschossen raus. Sobald es aufschlägt, geht es zurück auf die Ursprungsposition, um den Buff mitzunehmen. Des Weiteren bekommt ein Fernkämpfer in regelmäßigen Abständen das Mal des Gesichtslosen ab. Hier müsst ihr sofort nach hinten aus dem Raid rennen, da ihr sonst euren Mitspielern Leben abzieht und den Boss heilt. Verwendet am besten eure Raketenschuhe oder nutzt als Magier Blinken oder als Hexer eure Portale. Als Nahkämpfer müsst ihr unbedingt sengende Flammen unterbrechen. Diese werden von ihm gezaubert und sind leicht zu erkennen, da unter Vesax eine helle Aura erscheint. Teilt hierfür am besten eine feste Reihenfolge und Backup-Kicker ein. Sollte es durchgehen, bekommt der komplette Raid Feuerschaden und eure Rüstung wird um 75% verringert. Außerdem zaubert er alle 60 Sekunden, sucht der Dunkelheit auf sich. Hierbei wird sein Schaden um 100% erhöht, jedoch seine Bewegungsgeschwindigkeit für 10 Sekunden um 55% verlangsamt. Bei unserer Taktik könnt ihr als Tank einfach stehen bleiben und verwendet eure defensive Fähigkeiten. Heiler müssen hier ebenfalls auf Zack sein. Dadurch können die Fernkämpfer jeden Schatten-Buff mitnehmen und einfach stehen bleiben. Als letzte Grundmechanik, welche zugleich auch den Hard-Mod auslösen kann, gibt es die Saronit-Dämpfe. Das sind grüne Gaswolken, welche nach und nach im Raum erscheinen. Wenn ihr sie tötet, entsteht eine grüne Pfütze. Solltet ihr in dieser stehen, stellt ihr Mana wieder her im Tausch gegen Lebenspunkte. Eure Fernkämpfer benötigen das Ganze eher weniger, da sie so gut wie konstant 75% weniger Mana-Kosten haben. Als Heiler, der sich im Melee-Camp befindet, könnte ein Todesritter einen Saronit-Dampf mit Todesgriff schnappen und seitlich des Bosses umhauen bzw. kleven lassen. So könnten eure Heiler zwischenzeitlich Mana regenerieren. Diese dürfen aber dann natürlich auf keinen Fall im Camp sterben. Andernfalls muss der Boss nur ausgerichtet werden, was schnell zu Chaos führen kann. Zieht Kampfrausch entweder ganz am Anfang, sobald der Tank Aggro hat, oder am Schluss ab ca. 30% zur Execute-Phase. Um den Hard-Mod zu aktivieren, dürft ihr das allerdings nicht machen. Wenn also insgesamt 8 Saronit-Dämpfe auftauchen, ohne dass sie getötet werden und ohne dass Wesax stirbt, wird ein Saronit-Animus erscheinen. Wesax selbst bekommt nun eine Saronit-Barriere, wodurch er 99% weniger Schaden erleidet. Sie verschwindet, sobald der Animus getötet wurde. Der Boss selbst zauberte dieser Zeit keine sengende Flamme, welche unterbrochen werden müssen. Wird sonst aber ganz normal wie auch im normalen Modus weitergetankt. Es ändert sich nichts an der Mechanik, außer dass nun der komplette Schaden auf den Animus fokussiert wird. Er ist ebenfalls nicht spotbar, gebt dem Tank also etwas Zeit. Wenn er ihn sicher hat, zieht Kampfrausch. Nun wirkt er regelmäßig seine wahre Dunkelheit. Dadurch erleidet der komplette Raid Schattenschaden, sowie einen Debuff mit 10% mehr erlittenem Schattenschaden. Dieser stackt pro wahre Dunkelheit auch nach oben. Das Ganze ist somit ein Rennen gegen die Zeit und vor allem gegen das Mana eurer Heiler. Nutzt ihr auf jeden Fall mit allen Klassen Gesundheitssteine und defensive Cooldowns. Wenn der Animus tot ist, geht es den restlichen Prozenten von General Wesax an den Kragen. Das sollte dann aber ein Kinderspiel sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.